So, jetzt habe ich natürlich das Problem, jetzt ist meine Performance, da ich jetzt am Streamen bin, natürlich wieder im Arsch hier. Ich hatte so schöne FPS hier im Spiel, jetzt ist wieder Grotte. Wir sollen zum Strand kommen, wo ist denn jetzt dieser scheiß Strand schon wieder? So. Oh, Gott, jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben wollte. Leute, mal ganz, ganz ernsthaft, so jetzt unter uns, wir sind eine Crew, ja? Wir sind gemeinsam auf diesem Server unterwegs. Es wäre vielleicht nett, wenn wir gegen alle anderen und nicht wir unter uns immer uns gegenseitig töten. Wäre nicht. Also von der Logik her ist das für mich irgendwie sinnvoller. Doch, das Problem ist, wir gegen alle anderen, welche alle anderen? Mad Max. Ja, die anderen NPCs halt, ne? Die Penner, ja. Big MacGyver mit seinem Superhelie. Man, ich bin ein Maschinengewehr. Das Auto taucht was. Das ist hier gute, alte, zuverlässige russische Technologie hier, die ich hier benutze. Ja, genau. Die hat die Jahrhunderte überdauert. Dann wollen wir mal hier. Hinein. Los, Erik, wer da noch rumrennt. Robtox. Robtox hat Trainser erledigt. Ja, das hast du gar nicht mal so schlecht gewonnen. Aber wir wollen uns doch nicht gegenseitig umbringen. Wir wollen dich auch nicht. Wir haben nur die NPCs umgebracht. Du hast mich umgebracht. Okay, dafür ist die Build-Quali wieder super. Ja, dankeschön. Kann Weng nicht streamen. Ja, das ist das Problem. Weng ist nicht da. Der Weng, der ist gerade auf dem Weg in die Kaserne. Der muss zum Dienst. Sonst würde der wahrscheinlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche hier streamen, weil er ganz gute Leitung und einen ganz guten Rechner hat. Wo ganz viel Spaß hat. Und den könnt ihr ruhig mal abonnieren. Der hat nämlich leider viel zu wenig Abonnenten. Das ist ein richtig lustiger Kerl. Und ich schaue euch für mich die Gänse-Kommission an. Leider ist der noch nicht hier unten verlinkt. Das mache ich aber dann in der Zeit. Wer hat die Sterne? Wer hat die Sterne? Ich habe die Sterne. Dann fahren wir mal aus dem Weg. Los. Oh, die brennen schon da. Krass. Was ist denn da los? Ich habe einen Hut-Sieker, liebe MG. Wow, bam, bam. Es ist auch mal schön, sich das Chaos von oben anzugucken. Ihr seid solche Chaoten, ja. Erik, schießt du gerade auf mich? Das war nur die Rache für von irgendwo. Ich glaube auch. Oh, ich glaube, jetzt habe ich auch einen Stern. Spielberg, ich glaube, wir müssen uns verfließen. Wir haben einen Stern. Jetzt haben wir zwei Sterne. Äh, Slider, diese Multisprayer-Einrichtung, danke schön, aber... Oh, come on. Oh, come on. Das war, glaube ich, die Rache. Verdammt, bin ich tot. Okay, 1-1. Unentschieden. Einigen war uns auch nur unentschieden. Äh, ja, Creepers, ich habe eine 16.000er-Leitung. Das ist durchaus korrekt. Okay, come on, wieder Peace. Wieder Peace. Wir haben uns jetzt wieder lieb. Wir haben uns lieber lieb. Na, Erik, wir haben uns auch ganz doll lieb. Nein, wir hauen uns nicht. Ah, Erik, wir hauen uns nicht. Wir sind lieb. Wir sind lieb. Wir sind eine Gang. Du gehörst verhauen. Du gehörst verhauen. Na, ich bin doch ganz lieb. Ich bin noch voll der Nette hier. Voll der Liebe. Sorry, Cowan, das musste ich jetzt machen. Das ist für meinen Heli. Ach, verdammt. Hallo. Ups. Ach, das waren die bösen Jungs. Ach, nee, das waren die guten Jungs, die jetzt den bösen Jungen erschossen haben. Mein persönliches Fahrzeug wurde von der Polizei beschlagnahmt. Ja. Ich? Warum denn das? Du musst es nämlich aus dem Ding holen, aus der Abschleppzone. Sonst wird es irgendwann zerstört. Weil du getötet oder verhaftet worden bist von dem Bullen und dein persönliches Fahrzeug zu nah bei dir war. Dann beschlagnahmen die das. Ups. Warum baue ich mal scheiße mit einem Klautenort? Ich habe noch 130 Dollar gefunden. Möchte irgendwer, da liegt drinnen wieder Geld. Hier liegt überall Geld rum, Leute. Warum liegt hier überall Geld rum? Ach, das Geld? Ah! Rocktalks. Alter. Bist du des Wahnsinns? Da waren aber keine zwei Zentimeter Luft mehr. Hier, das ist ein Gangüberfall wieder mal. Da oben, ne? Ja, steck dann irgendwer bei mir ein, der kann das Maschinengewehr benutzen. Komma. Das ist unten. Äh, ja. An der Seite einsteigen. Das müsste gehen jetzt hier, oder? Das müsste ich, genau. Ja. Genau, du kannst das jetzt benutzen und ich setze mich einfach hier hin. Ja, und ich habe keine Tür mehr, dank Carvon. Jetzt schon los, da kommt er schon. Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Hinter uns. Wo sind sie? Hinter uns? Wah, da. Ja, die sind über uns. Die sind auf dem Deck oben drauf. Ja, da muss man vielleicht irgendwo noch oben. Die haben es ja hier. Das ist vielleicht verwirrend. Ja, ich habe die Grafikpacks wirklich nur, wenn ich streame. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay. So, warte mal. Da sind noch welche unten, ne? Oder? Kannst du die Treppe auch fahren? Ich bin gerade dabei, ich muss auch mal wenden. Ich werbe dafür, dass wir jetzt doch mal ein paar Missionen machen, weil wir haben den ganzen Tag sonst immer nur Blödsinn gemacht. Wir machen doch gerade Gang-Ewar-Feyer hier. Wir machen ja volle coole Sachen hier. Ja, aber wir müssen Geld verdienen. Wir haben doch Geld verdient. Ja, natürlich. Geld verdienen ist lang, weil du machst die ganze Zeit nichts anderes. Ja, aber ich habe nur 1.000 Dollar. Ja, dann mach Missionen mal hoch rein. Dann gib mal Gas. Missionen macht man am besten alleine. Und wärst du vorher nicht die ganze Zeit gestorben, in der Kontaktmission hättest du 29.000 Dollar bekommen für die Mission. Dann bist du rausgegangen. Alter, der mit seinem Maschinengewehr, der schießt mir hier echt alles vor dein Haus weg. Irgendwer schießt von hinten noch auf mich, kann das sein? Ja, der ist da. Alles klar. Bestanden. Oh, das war's, ne? Bestanden. Du hast überhaupt einen Kinn gemacht? Ein Kinn. Ein Kinn, ein Kopfschuss. Geil. Das hast du gemacht. Ich habe 8. 8 getötet. 8. Nur 8? Das ist ja... Wir nicht. Oh, warum fährst du jetzt den Carvon wieder an? Hier, eure Österreich-Schmolgerei, da will ich nichts mit zu tun haben. Ich steig aus. Wenn die... Ey, jetzt brauchst du aber nicht mich überfahren hier, du. Ey, Alter. Was? Ich steig beim Carvon ein. Der hat mich lieb. Der ist nett. Das sind ja nicht mal viele Autos. Okay. Wie lange sich das hier noch über 100 Zuschauer hält, ja, da bin ich auch mal gespannt. Aber da haben wir eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger durchgängig, seit heute, wie wir es gemacht werden. Seit gestern war es schlechter mit den Zuschauern. Da hatten wir irgendwie... Gaben wir hier jetzt 120... Gaben wir jetzt 100 Zuschauer und dann später... Sondern die waren es dann immer unter 100. Sogar teilweise unter 60. Ja, ja, ja. Was machen wir denn jetzt? Wie viele Leute sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind... Fünf Leute, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, wir sind sogar noch vier. Wo ist der Trailer? Hm? Ich bin ja gar nicht mehr bloß auf dem Server. Was? Ja. Stimmt, stimmt. Ihr werdet zur Seite mit Rocktalks, Big, ähm, Guyver, Spielbeer und Carbon angezeigt. Ja, lad, dann lad mich noch mal kurz ein. Okay. Oh. Also Missionen ist halt eh schlecht, weil die sind alle ab vier Leute. Wir sind halt auf die eine, die Los Santos Connection, die wir schon gemacht haben. Können ja, können ja losgehen. Genau, wir können ja eine Challenge. Hier, eine Challenge. Ich hab eine Challenge. Ähm, wir machen bis um 22 Uhr machen wir jetzt GTA. Und wer am meisten Autos klaut. In der Zeit. So, dass wir das machen und sagen, dass wir... Von wie zählt man das, dass man ein Auto geklaut hat? Ja, und das wird dann, äh, verkauft. Ach nee, Quatsch, du kannst ja nur alle 20 Minuten auch verkaufen, oder? Kannst du einmal eine in der 30 Stunden verkaufen? Ach so, scheiße, das zählt ja auch nicht. Wenn übrigens Totspie wäre, weil ja Carbon eine Tür demoliert hat. Ob sie mich rausgeschossen haben. Ja, dann, äh, hau ich mal ab. Ich kann doch fahren, ne? Ich hau, ich hau mal ab hier. Diese Kriminellen, ne? Die sind mir zu gefährlich hier. Wo bist du? Carbon ist durchaus im TS, aber der hat seinen Sohn auf den Schoß. Und deswegen ist er gerade etwas schweigsamer. Gibt Gas! Oh, was? Bist du abgesch... Schau doch mal was. Aua! Mit Segeltouren? Wir können Motorbootrennen fahren. Habe ich noch nie gemacht. Wir machen... Wir tun ein Segelboot, äh, auf den Seesitz und fahren dann über die Stromschnellen mit dem Segelboot aufs Meer. Über die Stromsch...schnellen? Aber du bist ja mutig, ey. Das ist lustig. Ohne will, wir schwimmen einfach ins Meer. Das ist auch so lustig, wenn du da mitgerissen wirst. Okay. Hui! Huuu! 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 Du 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 duu! Der Trainsor ist gestorben. Warum ist denn der Trainsor schon wieder gestorben? Ich bin in meinem Hochhaus gespawnt in nichts und bin einfach durch eine leere Map gefallen. Egal. Können sie mich hier bald abholen? Ja. Wo bist du denn, Erik? Keine Ahnung, ich glaube in der Nähe von meinem, ja, direkt bei meinem Aparten. Wir müssen da am Strand. Huuu! Doch, oder? Ich bin am Strand, ja, das ist der Dock. Ich will mich jetzt in die Sonne legen. In der Nacht. In der Nacht. Sehr gut. Ja, klar, ich trage nachts auch Sonnenbrille. Trage ich aktuell Sonnenbrille? Ne, ich glaube, ich trage aktuell keine Sonnenbrille. Äh, äh. Oh, hier, guck mal. Wie, 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 wie Ramontisch. Ein Lagerfeuer am Strand hier. Und ein dicker Mann. Äh, ein dicker toter Mann. Okay. Guck mal, Erik, hier. Der Carbon, der tötet mir zu viele. Mh. Nein, ich will hier... Nein, die blöden Kops, ey. Ich raste aus. So, ich will Moppet fahren hier. Moppet, Moppet. Das ist doch kein Moppet, das ist ein Jetski. Das ist ein Moppet. Moppet auf Wasser. Jetski. Moppet. Ja, ja, Moppet. 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 Alles mit dem Motor und nem Lenker dran, also so ne Lenkstange ist ein Moppet. 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 unterwegs. Ist das okay so für dich? Dann fahr ich zu euch. Hey, Tetschi! So ähnlich wie dieser Sketch. Kennst du den hier? Osterhazy und Nikolausi? Osterhazy und... Achso, ja. Nikolausi! Ich weiß, ich krieg den nicht zusammen. Ich krieg immer nur hin. Nikolausi! Und dann halt mit bayerischem Akzent hier so... Das ist Osterhazy, du dämlicher Scheiß, Junge! Äh? Nikolausi! Ich komme jetzt runter zu euch ins Wasser mit dem Auto. Mit dem Auto. Da komme ich mit dem Moped, fahre ich jetzt überlandt hier. win-win-win-win-win-win. Ich bin irgendwie auch festgefahren. Oh, da hat es geplatscht. Das sind die Wasserborden. Das ist Humbenat-Alarm. So, ja, lass die Drogen aus dem Hals. Warum soll ich die Drogen aus dem Hals lassen? Das sind doch lecker! Trainsa ist gestorben Ja, ertrunken Warum hast du sowas? Das ist doch doof Weil ich Lust drauf hatte Achso, weil du es kannst Ja, weil, warum? Ich will mal da hinten zu dieser Brücke hin Kommt man da zu dieser Brücke, die so blau leuchtet da? Leute, jetzt lasst uns doch mal irgendwas machen Aber irgendwas zusammen, nicht gegeneinander Das wäre mal eine Idee, ja Ja, Missionen sind nicht so viele Dieser Vorgangspark, der sieht echt so geil aus bei Nacht Man kann halt Diese Kontaktmissionen geben zu viele Punkte Oder gibt es halt nur eine oder zwei Wir haben halt schon gemacht Wir können ja die ganze Zeit die gleiche Mission machen Also, wenn Powerleveln geht schon so Aber das ist ja so langweilig für die Zuschauer Nee, alles Wie gesagt, man kann doch auch mal Einfach die Halligalli Direkstor Party in Los Santos Mit Alkohol, Nutzen, Koks Wir können in den Stripclub fahren In den Stripclub, yeah Genau, Leute, wir fahren in den Stripclub Ja, wir fahren in den Stripclub Autsch, kam on, kam on Alle bitte gut gekleidet In Limousine Ach, gut gekleidet, ich gehe da mit Jogginghose hin Mit Flipflops Autsch, warte mal, habe ich überhaupt gute Kleidung Äh, warte mal, wo habe ich denn hier Ja, müsste wieder an Land kommen Also, hab aber gemeinsam vor, okay So, richtigen Konvoi Äh, 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 äh Genau Also, das ist doch, das ist doch Deine Stimmung Hier, so, ne Das ist doch ein cooles Outfit Ich brauche irgendwie ein Moped jetzt Das ist ein Wassermoped Wassermoped ist doof Ich brauche jetzt einen, einen, äh Achso, ich bin jetzt am Flugplatz hier Verdammte Scheiße Kann mich jemand abholen Bin auch am Flugplatz Naja, ich bin hinten am Strand Flughafen Naja, wir sind falsch Wir sind auch am Strand rum, ey Ah, da hinten laufen auch irgendwie Leute rum Nein, das sind Carvon und ich wahrscheinlich Das kann durchaus sein Ah, ey Ey, 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 so nicht Äh, wie alt ist der Junge von Carvon? Ich weiß jetzt gar nicht Zwei ist er, glaube ich, ne, oder? Carvon? Zweieinhalb Zweieinhalb, ja Der, ähm, der, ähm, der darf GTA Online auf jeden Fall schon spielen, ne? Natürlich Junge, da begeistert Machen wir einfach so, Treffpunkt, alle Script Club, egal wie ihr hinkommt Da muss ich ein Auto dafür Such, Junge, such oder nimm dir einfach ein Flugzeug Ich kann kein Flugzeug fliegen Ja, da kommst du noch rein, über, du hast doch keine Möglichkeit über den Zaun zu gehen Das ist das Problem, ich habe keinen Ja Aber wann kommt man denn eigentlich freien Flugplatz rein, auf welches Level? Also du kommst schon rein, aber nicht da hinten über den Zaun Ja, aber ich meine, das Tor geht automatisch, glaube ich, ab irgendeinem Level auf Äh, du kannst aber drüber springen mit der Rampe Ja, aber der Rampe, aber ich meinte, es gibt glaube ich Nee, du kannst ja auch hier die Flugschule, dann kommst du rein Ich hab die Flugschule schon gewacht, aber ich komm auch nicht rein Ja, du machst die Flugschule halt nochmal Und dann, äh, kannst du nochmal Ja, ich hab's ja schon alles, fast alles auf Gold Ja, dann brichst du es ab und dann, also ich habe die Flugschule abgebrochen Und dann war ich auf einmal mitten auf dem Flugplatz Und dann hätte ich wieder auf Flugzeuge klopfen Es gibt ja drei Eingänge, die sich auch im Singleplayer öffnen, sich die automatisch Und auch hier können sich die automatisch öffnen, nur das weiß keiner wie Aber es geht, immerhin und wieder funktioniert es nämlich Also ich bin schon fast da im Skriptclub Ja toll, ey, ihr seid echt solche Kameradenschweine Ich hab gesagt, ihr sollt mich mal abholen hier vom Strand Ja, aber so ein Klau, der hat ein Auto Ja, hier am Strand sind wirklich mal viele Autos Da ist wirklich nix Ja, da ist ein Flugplatz im Wege zwischen Straße und mir Ah, das haben Sie gehört, das habe ich jetzt Ja, jetzt Nach einer halben Stunde laufen Nach 100 Stunden durch die Gegend rennen hier, aber das hält fit Das ist alles gut für die Ausdauer So kriegt man die Ausdauer in dem Spiel Irgendwann schlage ich den Rockdogs dann auch im Marathonlauf Dann mache ich ihn sowas von nass Moment nicht Ich schlage höchstens nicht im Schlagstock Schlag, immer muss der Gewalt anwenden, der Penner Ich glaube es nicht Ich glaube es echt nicht Ein Carbon mit Auto, ja, und sogar eins mit Style Yeah Style, Baby Was? Wo müssen wir es hin? Zum Strip Club Das ist der Stöckelschuh mitten in Los Santos, wo der eine Punkt hier rumläuft Mitten in Los Santos, der Stöckelschuh Wo ein Punkt ist für uns Ah ja Ja, 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 ja Ja Okay, guck mal, schau'n Yay, Hallig Sally Galle Drecksau Party Nehm mal einen Wrack Vanilla Unicorn Da ist das Flugzeug. Ey, ich hab noch einen E-Cola-Laden, ähm, Wagen gefunden. Wow, ist da ziemlich schnell. Wow, 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 wow. Oh, das schöne Auto. Die wollen man da mit Nutten beeindrucken, wenn du das kaputt machst. Aber Heli könnte man mitnehmen. Ja, gut. Genau, Rocktox kriegt jetzt ein Messerverbot. Gut, meinst du, hier wird es ein Heli-Klang? Nee, 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 Leute, das wollen wir nicht. Freilich, hallo, Heli. Ach so, ja, dann kriege ich ein Heli rum und mess euch mit den Rotorbandern des Helis. Okay. So, Carbon ist heute der, der Führer, äh, Quatsch, der Fahrer. Der Anführer. Genau. Der Fahrer und Flieger. Das ist wieder so klar. Gleich gibt's Tittenmäuse zu sehen. Yeah, Baby. Wir werden vor oben, wir kommen vor oben. Naja, genau. Mit dem Fallschirm. Wartet mal auf mich, dann bin ich da. Ach so, ich bin in dem Fallschirmgebäude, sorry. Da hier. Carbon, 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 Fallschirmmmm. Jopp. Nee, nee, mit dem Fallschirm ist doch scheiße. Du hast automatisch, wenn du mal aufgesteckt, mit dem Fallschirm. So, dann hohe er. Ja. Wird nachgerüstet. Ja, das ist doch immer das Problem, wenn wir... BAM! BAM! Nice, oder? Super! Halt da, als ob das... Kann man die Hubschrauber irgendwie? Ja, mit den Outfits, aber du musst den Outfits erst gespeichert haben. Hallo, Angelo, High Five. Kommt der nächste Hubschrauber? Noch ein Hubschrauber? Aber jetzt ist das aber langsam eng hier auf dem Hubschrauberlandeplatz. Nein, nein, falsch vom Slame. Ich kann da helfen beim Landen. So, ich bin da und scheune euch gleich. Ja, dann komm mal mit dazu, wir gehen jetzt ins Strip-Club. Ich plan dich ein, Triniti, weil ich kann... Wurscht! ...bill drauf die Einlade. Bei mir kommt Strip-Club zu mir. Würde nicht rumgelangen haben, sonst rennen gleich wieder alle Nutten aus dem Haus. Das ist wirklich so. Dann fahrst du alleine, dann kannst du selber die Stange polieren. So, ne Scheiß aber auch. Ne, da hab ich keinen Bock drauf, Leute. So, ich bin dann jetzt da. Hoppala. Macht Harald nach. Nein, wir machen Harald nicht nach. Und wir reißen auch keinen Motor ab. Wir machen den Motor nicht kaputt. So, dann lasst uns mal reingehen, Leute. Niemandem hauen, niemandem schlagen. Triniti ist doch noch nicht da. Wir können doch nicht ohne Triniti. Ja, macht ruhig. Ich komm da schon nach. Oh, hallo. Ich wollte mir eigentlich erstmal mal... Ich mein, ich mein, ich mein, da drin kannst du sowieso kein was tun.